Hallo, mein Name ist Klaus und ich wähle Bernd Lange, weil er sich schon lange und kompetent für die Arbeitnehmerinteressen auf europäischer Ebene eingesetzt hat. Hallo, ich bin Lena und ich wähle Bernd Lange, weil er sich eindeutig für einen Atomausstieg ausspricht. Hallo, ich bin Christopher Reuters und ich wähle Bernd Lange, weil er für ein soziales Europa steht, in dem die öffentlichen Einrichtungen weiterhin in kommunaler Hand bleiben sollen, anstatt privatisiert zu werden. Guten Tag, ich heiße Bernd Lange, kandidiere am 7. Juni für die SPD. Ich stehe dafür, dass die Europäische Union ganz intensiv Maßnahmen ergreift, um unser Klima zu schützen. Wir brauchen sichere Lebensbedingungen für unsere Zukunft. Auf der anderen Seite schaffen Investitionen im Klimaschutz zusätzliche Arbeitsplätze, die zukunftssicher sind. Und deswegen müssen wir hier mehr tun.